Oha, Freunde, wir sind einfach Werwölfe und sind gerade undercover in der Stadt unterwegs, denn niemand darf erfahren, dass wir Werwölfe sind. Und das Allercoolste ist, bei Vollmond verwandeln wir uns einfach in richtige Werwölfe. Axi, wir haben ein kleines Problem, ich bin nämlich schwanger. Oh man, Freunde, hier kommen wir jetzt schon zu unserem Problem. Und zwar, Leia ist einfach schwanger und erwartet Werwolf-Zwillinge. Oh man, das kannst du nicht sein, Leia, wieso denn schon wieder? Schon wieder? Was meinst du bitte? Oh man, Orxy. Oh man, Freunde, und das Problem ist, keine Menschenseele darf jemals erkennen, dass wir in Wirklichkeit Werwölfe sind. Deswegen haben wir uns ein bisschen verkleidet. Ich bin Orxy, ein ganz normaler Mensch. Oh ja, und ich bin Leia. Naja, Leia wie Werwolf-Leia, aber nur jetzt als Mensch, Leia. Ganz genau, es darf niemals irgendjemand erkennen, dass wir Werwölfe sind. Na los, Leia, wir gehen direkt zum Arzt, denn du erwartest doch Werwolf-Zwillinge. Los, 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 los. Hey, warte mal, ich kann doch gar nicht so schnell laufen, Orxy. Oh man, möchtest du echt, dass ich dich schon wieder trage? Na gut, komm schon, Herr Leia. Und, äh, Moment mal, du bist ziemlich schwer heute. Äh, warte mal, was meinst du bitte? Ich erwarte Zwillinge. Oh man, hey, Freunde, könnt ihr alle ein Like und ein Abo da lassen, damit ich direkt Leia tragen kann. Denn wir müssen ganz schnell zum Arzt gehen. Oh ja, ganz genau, Freunde, die Werwolf-Zwillinge, komm, also lass jetzt alle ein Like da. Ganz genau, Freunde, auf drei Liken. Eins, zwei, drei. Genau, jetzt Liken, let's go. Und, wow, alle haben geliked. Na los, der dreht schon um, es soll jetzt klappen. Und zwei, drei, okay, und dann los, wow. Oh man, du bist gar nicht mal mehr so schwer. Oh man, du nimmst mir die ganze Sicht weg, Leia. Wo muss ich bitte hinlaufen? Wo ist das Krankenhaus? Ey, lauf einfach geradeaus. Geradeaus? Na gut, oh man, Leia, ich hoffe echt, dass der Wissenschaftler, beziehungsweise der Krankenhausmann, der dann die Kinder rausholt, nicht weiß, dass wir Werwolf sind. Denn du weißt doch, Leia, wir werden ja auch heimgesucht. Oh ja, du hast recht, als Werwolf, wir müssen wirklich aufpassen, was ist, wenn er die Wahrheit erfährt? Oh ja, das darf er auf gar keinen Fall wissen, Freunde. Dann bitte uns für möglich ausliefern an die Werwolf-Jäger. Oh man, Oxi, bald ist Vollmut und dann werden wir zu Werwölfen, weißt du was? Wir müssen uns beeilen, dass ich, naja, die Werwölfin in Menschenform zur Welt bringe. Oh ja, ganz genau. Denn wenn sie zur Werwölfin wird und ich zum Werwolf, dann wird uns kein Arzt auf dieser Welt helfen, dass sie alle Angst haben. Na los, komm, schnell mit, Leia. Oh ja, na los, beeil dich. Oh ja, na los, beeil dich. Doktor, Doktor, Doktor. Ey, Hanno, der ist doch hier. Moment mal, ist das etwa schon das Krankenhaus? Oh ja, ganz genau. Na los, komm schon rein. Warte mal, siehst du das? Da drüben ist er schon. Oh ja, das ist die Klinik vom Herrn Doofenschmerz. Na los, lass schon reingehen. Ähm, klopf, klopf, entschuldige Sie, Doktor, sind Sie da? Hallo? Mensch, wer stört mich gerade bei meiner Arbeit? Ja, klar bin ich da. Kommen Sie gerne rein. Ich habe ein paar Patienten. Wer sind denn Sie, bitte, wenn wir fragen dürfen hier? Äh, ich bin wer... Äh, nein, nein, Mensch, Leia und das ist Mensch... Ganz genau. Ich erwarte, äh, Zwillinge. Ganz genau. Ja, Mensch, Zwillinge, gar keine Werwolf-Zugie. Sag mal, wieso, äh, ein Moment mal. Wieso reden Sie denn bitte so ungehobelt? Kommen Sie mal bitte her und reden Sie ganz normal mit mir, ja? Okay, ganz normal jetzt nochmal. Also, ich bin Leia und ich bin ein ganz normaler Mensch. Oh ja, ganz genau. Und ich bin Orx, ich bin auch ein normaler Mensch. Das hier ist meine, äh, ich nenne mich jetzt einfach Frau, okay? Das ist meine Frau und sie ist schwanger. Wir brauchen einmal bitte einen Doktor, okay? Einen Doktor? Na gut, dann kommen Sie mal bitte hin und setzen Sie sich einfach mal aufs Bett drauf, ja? Wie ist nochmal Ihr Name, wenn ich fragen darf? Das war die Leia, nicht wahr? Äh, ja, ganz genau, Leia. Ganz genau, das ist Leia. Okay, setz Sie hin. Oh man, hey, Herr Doktor, Sie müssen wissen, Sie erwartet ein paar, äh, Zwillinge. Und zwar Werwolf, äh, ich meine normale Baby-Zwillinge. Mhm, mhm, ich verstehe, ja? Es ist immer sehr, sehr aufregend, wenn man das erste Mal schwanger ist, ne? Das erste Mal schwanger, ja, Leute. Falls Ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann checkt es unbedingt hier oben rechts ab, Leute. Das ist deine Plänkings mit allen Videos von uns. Oh wow, das klingt so spannend. Ich glaube, ich werde mir heute alle Folgen eindrücken. Oh ja, das könnt Ihr gerne machen. Aber zuerst müssen wir schauen, was du hast. So, dann leg dich da einmal bitte hin. Ich gucke mir das einmal an. So, wir schauen uns das mal einmal an. Oh ja, mhm, 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 ich höre irgendwie so komisches Knurren aus deinem Magen. Äh, ja, das ist normal, ich habe Hunger. Ja, ja, ganz genau, sie hat Hunger. Das ist nicht so, weil da irgendwie Werwolf-Zwillinge drin sind oder so. Ganz bestimmt nicht. Äh, Oxi, pscht! Ja, okay, ich bin ja schon leise. Hm, mhm, mhm, ich hole einmal ganz kurz hier meine Sachen, damit ich das einmal nochmal besser kontrollieren kann. Und Ihr bleibt hier bitte drin. Aber macht Dir keine komischen Sachen. Ja, ich komme gleich wieder. Äh, ja, ja, ist schon klar. Ja, ist schon klar. Bis gleich, Herr, wir machen hier nichts. Äh, ja, wir sehen uns gleich, Herr Doktor. Aber das mit den Werwölfen war ja nur ein Spaß. Oh ja, ich komme gleich wieder. Bis gleich, ich hole schnell mein Werkzeug. So, lalalala, mach da nun keine Faxen. Oh man, was ein komischer Doktor. Hey, Leia, ist alles gut? Lass mich mal hören. Mann, was hast du bitte gesagt? Und, warte mal, man hört schon, dass da einfach Babys drin sind. Oh man, ich glaube es nicht. Warte mal, hast du das gerade gehört? Das hat mich voll kuschig angehört. Äh, warte mal, ich glaube, das sind die Werwölfe. Oh, hörst du das auch? Man kann sich schon hören. Warte mal, lass mich mal hören. Na gut, und ich mache jetzt mein Ohr dran. Oh man, Leia, das hört sich echt so an wie Wölfe. Oh nein, das kann es doch nicht sein. Na gut, Leia, so, wir müssen unbedingt irgendwie ein bisschen zur Ablenkung sorgen. Ähm, ich habe eine gute Idee. Wie lange haben wir noch Zeit, bis es Mitternacht ist? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, gleich ist schon Sonnenuntergang. Oh nein, Leute, nur noch 10 Minuten. Dann ist einfach Sonnenuntergang. Und danach werden einfach, wir alle werden dann einfach zu Werwölfen. Deswegen schaut irgendwie noch das ganze Video bis zum Endan. So, ich bin wieder da. Ich habe mein Werkzeug geholt. Lalalala. Äh, warte mal, Oxy. Hörst du das? Komm, sitz, sitz, sitz. Leia, der Doktor kommt. Äh, ja, 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 aber warte mal. Wenn er, ähm, naja, meine Zwillinge sieht, dann müssen wir ihn unbedingt auffressen, okay? Oh ja, ganz genau. Das ist eine gute Idee. Als erstes lassen wir ihm die Zwillinge raus und danach pressen wir ihn einfach auf. Äh, warte mal, er kommt. Oh ja, ganz genau. Oh, so, einen Moment. Einmal kurz, ich war weggepackt. Äh, Entschuldigung. Warum hatten Sie eine Waffe in der Haare? Oh Mann, Freunde, schwulen wir alle kurz ein paar Sekunden zurück. Hat der gerade etwa echt eine Waffe in der Hand oder haben wir uns nun das nur vielleicht falsch eingebildet? Oh Mann, Freunde, hat der gerade wirklich eine Waffe in der Hand? Schwulen wir alle ein paar Sekunden zurück. Ich glaube es nicht. Oh nein. Nee, nee, nee. Die Waffe hatte ich nur dabei, weil ich dachte, ihr werdet mehr Welt betreten. Aber es seid ja nur ihr. Also, ich fahre mir das Ganze einmal genau an. Ja, du kannst so lange rausgehen, Oxy. So, mal schauen. Anhören, nein, nein, warte mal. Das ist doch eine ganz, ganz schlechte Idee. Ganz genau. Ähm, hey, können Sie das vielleicht erst mal ganz ruhig angehen lassen? Was? Ja, natürlich. Ich mache das ganz ruhig so. Bap, 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 bap. So, dann höre ich dich einmal rein. So, oh ja, das hört sich an. Okay, bitte seid leise. Oh ja, das hört sich echt an wie, das sind ja richtig große Babys, nicht wahr? Äh, ja, ja, ganz groß und sehr leise Babys. Bitte seid leise. Herr Doktor, kann ich Ihnen irgendwas bringen? Brauchen Sie irgendetwas vielleicht? Oh ja, denn damit die Babys rauskommen können aus dem Bauch, brauche ich noch etwas ganz Bestimmtes. Anscheinend hat Leia Hunger. Sie braucht ganz, ganz viel Fleisch. Oh ja, mein Magen knurrt schon. Haha, du weißt schon. Komm mal ganz kurz her, du Grüner. Ich muss mal ganz kurz einmal mit dir in der Ecke reden. Ja, komm mal ganz kurz her. Ähm, hey, hör mal zu. Ey, ich habe eine kleine Vermutung. Und zwar, kann es sein, dass es eine Werwölfin ist? Was, was, was? Nein, 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 das ist keine Werwölfin. Hey, hören Sie mal zu. Das ist auf gar keinen Fall ein Werwölfin. Guck mal, ich bin ein normaler Mensch. Das sieht man doch. Oh ja, man sieht auf jeden Fall, dass du normal bist. Naja, gut. Hey, hör mal zu. Wir brauchen anscheinend ganz, ganz viel Fleisch, damit die Babys geboren werden lassen können. Oh ja, man sieht es. Du bist ein ganz normaler Mensch. Na gut, hör mal zu. Wir brauchen ganz, ganz viel Fleisch, damit die Babys auch rauskommen können, okay? Warte mal, ganz, ganz viel Fleisch. Oh Mann, sie haben nur verrottetes Fleisch dabei, nicht wahr? Das bringt uns gar nichts. Ganz genau. Du musst einmal auf die Suche gehen und ein riesiges Tier angeln. Oder auch ein riesiges Tier fangen, okay? Und dann bringst du das zu uns. Oxy, bitte beeil dich. Die Babys kommen jeden Moment. Oh ja, ich komme dann gleich wieder. Ja, ich mache das gerade schnell. Na los, Freunde. Du musst dich ganz schnell beeilen. Leute, ich mache mich ganz schnell ein riesiges Tier. La 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 la. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt ganz schnell zu meinem besten Freund. Oxy und klingel bei ihm. Er muss mir unbedingt helfen, dass wir ein großes Tier fangen. Hey, Oxy, bist du zu Hause? Mach schon die Tür auf, bitte. Warte mal, wer ist da? Warte mal, Oxy, du bist denn? Oh ja, Oxy, ich bin es. Oh Mann, hey, Oxy, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Lecker ist schwanger und erwartet fünf Zwillinge. Ich meine normale Babyzwillinge. Oh Mann, Leute, Oxy ist ein normaler Mensch. Er darf nichts davon erfahren. Schon wieder? Na gut, ich helfe dir. Komm schon rein. Warte mal, reinkommen. Na gut. Hey, Oxy, hast du etwa ein neues Haus? Das hast du echt cool eingerichtet hier. Oh ja, ich habe in Bitcoin investiert und mir das dann alles gekauft. Warte mal, in Bitcoin investiert? Wow, das ist echt mega, mega cool. Du hast wohl eher in Goldblöcke investiert, so wie es aussieht. Na ja, egal. Hey, Oxy, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Wir müssen ein riesiges Tier fangen für Lecker, damit sie das essen kann. Verstehst du? Warte mal, ein riesiges Tier? Aber du brauchst doch erst mal Waffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Warte mal, doch, du hast recht. Wir brauchen Waffen. Woher sollen wir denn bitte Waffen bekommen? Oh Mann, denkst du wirklich, ich habe keine Waffen? Hm, natürlich habe ich welche. Warte mal, Oxy, du hast Waffen, gib schon her. Wir müssen uns schnell auf den Weg machen, denn Lea ist beim Doktor und erwartet Zwillinge. Let's go, äh, Oxy, was sind das bitte hier für Waffen? Warte mal, Pfeil und Bogen, das ist mega gut. Und Alter, du hast da eine Schotkan dabei. Oh ja, und das ist eine Fortnite-Shotkan. Wow, mega cool, Oxy. Damit werden wir auf jeden Fall ein richtig cooles Tier erlegen. Oh Mann, Oxy, wir müssen uns erst mal richtig beeilen. Und wenn wirklich Lea schwanger ist, dann müssen wir direkt losgehen. Oh ja, Oxy, das ist die richtige Einstellung. Na los, lass uns schon losgehen. Wir gehen jetzt direkt ein richtig großes Tier erlegen. Hm, Leute, seht ihr hier irgendwo schon ein Tier, was wir erlegen könnten? Oh nein, wir müssen uns erst mal eins aussuchen. Oh ja, ganz genau. Wir brauchen ein Tier, was extrem viel Fleisch gibt. Also es gibt einmal Schäfchen, es gibt Kühe. Aber wir brauchen ein richtig großes Tier. Denn Leute, wir als Wölfe ernähren uns natürlich hauptsächlich von Fleisch. Und deswegen müssen wir irgendwo ein bisschen in die Wildnis gehen. Bestimmt hier in die Richtung. Hier wird irgendein großes Tier auftauchen. Was wir dann einfach erlegen können. Na los, komm schnell mit, Oxy. Oxy, sei leise. Da vorne ist ein Tier. Oh ja, da vorne ist ein Tier. Na los, schlägt nicht schon zu mir, Oxy. Wir gehen hier in die Welt rein. Und von hier aus können wir es gleich angreifen. Aber lass uns erst mal ganz schnell zuschauen, was das Tier dort macht. Na los, nicht zu nah rangehen. Oh Mann, Leute, es läuft da irgendwie rum, das Tier. Hey, Oxy, ich probiere es gleich zu klein. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh ja, mach gut. Oh nein, das war daneben. Es entwischt uns. Oxy, hinterher, hinterher. Oh Mann, Leute, das Tier entwischt uns. Hey, bleib schon stehen. Oh Mann, das kannst du nicht sein. Oh nein, Oxy, es ist weggelaufen. Wie sollen wir das denn jetzt noch bitte kriegen? Oh Mann, zumindest ist hier noch eine Kuh wach gemeint. Eine Kuh, aber die ist viel zu mickrig. Oh Mann, Oxy, das Tier ist einfach weggelaufen. Äh, einen Moment mal, Oxy, bleib ganz ruhig. Okay, schnell, komm hier vorne, komm hier vorne, komm hier vorne. Siehst du das da oben? Boah, Freunde, das ist ja ein viel, viel größeres Tier. Alter, das können wir gleich direkt fangen. Das probieren wir unbedingt viel Leier. Hey, Oxy, das probieren wir unbedingt viel Leier. Oh ja, lass uns da ganz schnell hin, Oxy. Okay, warte mal, Oxy. Lass aber erst mal zählen, was das Tier dort macht. Na los, lass erst mal ein bisschen beobachten. Oh Mann, was macht das Tier denn dort? Ich glaube, es sind zwei Tiere, Leute. Warte mal, oh nein, das Tier läuft weg, schnell hinterher, Oxy, schnell, schnell, schnell. Oh Mann, Freunde, es kann nicht sein, dass wir schon wieder das Tier verlieren. Na los, na los, na los. Sag einmal, juch, 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 juch. Oh Mann, Freunde, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und, oh Mann, Oxy, das Tier ist uns schon wieder entwischt. Es ist einfach verschwunden. Oh Mann, das kann es doch wirklich nicht sein. Das Tier ist schon wieder reingelaufen. Oh Mann, warte mal, hörst du das? Hey, ihr müsst euch beeilen, die Babys kommen. Wow, hast du das gehört? Das war leer, oh Mann, das ist echt beeilen. Aber einen Moment mal, Oxy, siehst du das da vorne hinterm Stein? Komm schnell hinter mir, komm schnell hinter mir, komm schnell hinter mir. Oh Mann, Freunde, ich glaube, das ist ein Tier. Na los, ich werde das jetzt fangen gehen, okay? Okay, mach schon schneller. Okay, na los, Freunde, das Tier kriege ich. Let's go, let's go, let's go. Das Tier hol ich mich nicht aus, wie eine richtig große Kuh. Let's go, eins, zwei, drei und boh. Äh, warte mal, was bist du denn bitte? Oh, was willst du von mir? Was störst du mich an meinem Mittagsschlaf? Äh, warte mal, bei deinem Mittagsschlaf? Ey, yo, Mann, ich dachte, du bist eine Kuh. Was bist du bitte ganz genau? Wer bist du? Eine Kuh. Ich bin ein Minotaurus und wenn du keinen auf die Mütze haben willst, dann sollst du jetzt ganz schnell verschwinden. Ähm, na gut, ich bin ja schon weg. Oxy, renne um dein Leben. Das ist irgendein Wahnsinn, Niga. Schnell weg, wie geht der los? Oh Mann, Freunde, wir müssen uns doch beeilen. Leia kriegt jeden Moment die Wolfsfillinge. Und wir sind hier irgendwo in einer Mine, Leute, Mann. Hier sind nirgendwo Tiere. Oh Mann, wo finden wir jetzt bloß ein Tier? Oh Mann, bitte, Freunde, es muss irgendwie ein Wunder geschehen. Warte mal, Oxy, hörst du das? Da ist ein riesiges Tier. Oh Mann, ich hoffe, ein Wunder passiert. Warte mal, Ussi, was meinst du? Wo denn, wo denn, wo denn? Hier ist doch gar kein riesiges Tier, oder? Oh Mann, Leute, wo meint er bitte? Warte mal, Leute, er hat recht davon. Es ist einfach ein riesiges Tier und wir sind so nah. Okay, hey, hör mal zu, Ussi, Leute. Ich muss das unbedingt alleine machen, denn mit Ussi wird das nichts. Er verjagt immer die Tiere. Ich muss das einfach alleine machen, im Werwolf-Style. Aber Ussi darf davon nichts mitbekommen. Warte mal, was? Äh, nichts, Ussi. Hey, hör mal zu, wir spielen jetzt verstecken, okay? Du fängst an zu zählen bis 30. Warte mal, bis 30? Na los, okay. Na los, Ussi, fang schon an zu zählen. Oh Mann, Leute, jetzt, wo Ussi abgelenkt ist, habe ich freien Zugang. Ich kann einfach direkt in den Werwolf-Modus gehen und mich zum Werwolf verwandeln. Freunde, schreibt alle verwandeln in die Kommentare, damit ich mich direkt in einen extrem coolen Werwolf verwandle. Los, schnell! Aber ihr habt nur 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Schreibt alle verwandeln in die Kommentare. Okay, ihr habt es alle kommentiert, ihr habt es euch alle gewünscht. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich verwandle mich direkt und boom. Ey, ha, ha, ha. Leute, wir sind direkt ein Werwolf. Oh yeah, Baby. Na gut, Freunde. Und als Werwolf sind wir total leise und können uns einfach diesen riesigen Hirsch-Pot fangen. Na los, ich muss ganz leise mich anschleichen. Warte, was macht er denn dort, bitte? Ist das etwa sein Nett? Oh man, Leute. Na gut, auf 3. 1, 2, 3. Und klappen. Ich erlege dich. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Und jetzt äsch ich ihn einfach. Oh yeah, Freunde, seht ihr das? Oh yeah, let's go, man. Freunde, er hat es verschont. Und er hat einfach Fleisch für Leier gedroppt. Let's go, Leute. Das braucht Leier unbedingt. Oh yeah, Freunde, es funktioniert. Oxy, ich suche dich. Oh nein, Freunde, ich muss mich gar nicht schnell zurückverwandeln. Hey, Ussi, komm nicht hier vorne. Okay, na los, Freunde. Ah, nochmal ein Like da lassen, damit ich mich zurückverwandeln kann. Und 2, 2, 1, schnell. Mann, Oxy, wo bist du denn, bitte? Ja, hey, hier bin ich, Ussi. Hallo, hinter dir, Ussi. Warte mal, Oxy, wo bist du? Ah, da mal bist du. Oh yeah, hier bin ich. Hey, Ussi, schau mal. Ich hab einfach das Fleisch dabei. Guck mal, wie lecker das einfach aussieht. Ich hab das Tier einfach erlegt. Warte mal, ist das ein Golden Steak? Oh yeah, es ist ein Golden Steak von einem extrem coolen Riesentil. Wir müssen schnell zu Leia gehen. Hey, Jungs, beeilt euch. Die Wehrwolf-Zwillinge kommen. Oh, oh, man, Ussi, vielen Dank für die Hilfe. Ich muss wieder ganz schnell ins Krankenhaus. Let's go. Oh, man, Leute, das kann's doch echt nicht sein. Okay, Team. Tschüss, Ussi. Oh, man. Leia, Herr Doktor, ich bin wieder da. Ich hab das Fleisch dabei. Oh, man, Leute, ich muss ganz schnell rein. Oh, Herr Doktor, Leia, ist alles gut bei euch? Sind die Kinder schon da? Oh, bitte, Org, sie gibt mir schon das Fleisch. Da wird langsam ein bisschen unangenehm. Oh, Mensch, ich muss ehrlich sagen, du hast echt lange gebraucht. Hm, was riecht ihr denn bitte so nach einem Moment? Weil es riecht hier irgendwie ein bisschen nach Werwölfen, hm? Nach Werwölfen? Nein, 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 das liegt bestimmt an dem Fleisch. Denn da an dem Tier waren irgendwie so Bisse dran. Da waren bestimmt Werwölfe dran. Hm, genau deswegen. Oh, ja, das könnte es sein. Na, dann gibt das Fleisch bei der guten alten Leia. Die muss das essen. Die braucht ganz viele Vitamine. Okay, mach ich direkt. Hey, Leia, ist alles gut bei euch? Hier ist schon das Essen. Wann kommen die Babys, bitte? Wann kommen die kleinen Babywölf-Zwinge? Okay, warte, und... Nami, 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 nami. Die gleich wären einfach Babywölfe geboren. Und hat es geschmeckt? Warte mal, ja, es hat geschmeckt. Und es war wirklich gut. Aber warte mal, ich spüre es jetzt. Warte mal, die Kinder kommen. Du musst ganz schnell rausgehen. Los, raus aus dem Haus. Warte mal, ich muss rausgehen. Ja, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Mann, Freunde, die Babys kommen. Okay, ich gehe auch schon raus, ganz ruhig. Hey, Leia, ist da drin alles gut bei dir? Kommen die Babys wirklich? Oh, ja, sie kommen. Na los, schaufe uns weg. So, ich schau mir das mal an. Na los, ich gucke mir das mal an. La, la, la. Mann, Leute, du musst ganz schnell meine Augen zollen. Kannst du nicht sein? Die Babys kommen jeden Moment. Oh, meine Werwolf-Zwinglinge kommen jeden Moment. Oxy, Oxy, wir müssen uns beeilen. Es ist gleich Mitternacht. Oh, nein, Leia, du hast dich schon fast verwandelt. Hm, sag mal, ist das normal? Irgendwie sind da so Ohren bei dir. Na ja, egal. Ey, guck schnell weg. Die Kinder kommen doch. Na los, raus mit dir. Ja, ja, okay, ich gehe auch schon raus. Oh, Mann, Leute, die Kinder kommen. Ich kann echt nicht hinsehen. So, dann müssen wir uns das mal angucken. So, und jetzt einmal wirklich schaffkräftig drücken. So, das kommt direkt raus. Oh, nein, die Kinder sind draußen. Oh, nein, ist da drin alles gut? Freunde, ich hoffe echt, da drin läuft alles gut. Es wird hier im Moment Mitternacht. Es wird hier im Moment dunkel. Oh, nein, es ist dunkel geworden. Wir haben uns schon verwandelt. Hey, Leia, sind die Kinder da? Wow, was ist das denn mit dir? Oh, Mann, ich muss da ganz schnell reingehen. Hey, Leia, ist alles gut bei dir? Freunde, bitte, hat sie sich auch schon zum Werwolf verwandelt? Hey, ist alles gut? Äh, wartet mal. Wow, wie süß ist das denn? Bitte, Freunde, seht ihr das? Wow, das glaube ich nicht. Es sind einfach extrem süße kleine Wolfschwillinge. Leia, du bist einfach in deiner ganzen Form. Wow, schau mal, wie süß sind die denn? Oh, ja, die sind wirklich kleine Schätzlein geworden. Schau mal, der hier sieht ein bisschen aus wie du. Wow, die sehen richtig süß aus. Oh, ja, der hat so ein grünes Halsband. Das steht für mich und ein pinkes für dich. Alter, die sind ja total knuffig. Wow, wie süß sind die bitte? Wow, wie süß. Oh, Mann, Leute, das sind einfach richtige Wehrwölfe. Äh, warte mal, Leia, was meinst du? Oh, nein, der Doktor hat einfach eine Waffe in der Hand. Hey, Doktor, ganz ruhig. Okay, ja, wir sind Wehrwölfe, aber bitte ganz ruhig. Warte mal, ihr seid also wirklich Wehrwölfe. Ich bin so enttäuscht von euch. Ganz ehrlich, ich werde euch abknallen. Ich hasse Wehrwölfe, denn ich bin ein Wehrwolfjäger. Oh, nein, wir müssen ihn ganz schnell beißen. Oh, Mann, hey, hören Sie mal zu. Warte mal, er hat euch doch geholfen. Wir können euch doch nicht einfach beißen. Hey, hören Sie mal zu, Doktor, bitte, ja? Sie haben uns geholfen und wir möchten Ihnen nichts Schlimmes. Lassen Sie uns bitte einfach in Frieden. Oh, Mann, ich werde dich und deine Kinder fertig machen. Komm her. Oh, Mann, Leia, bleib fertig. Ich werde ihn besiegen. Nein. Oh, Mann, ganz ehrlich, wenn du meine Kinder angreifst, dann mach ich dich fertig. Komm her. Drei, zwei, eins. Komm her, Junge. Jetzt esse ich einfach. Oh, ja, Oxy. Mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig, mein Wolfsfreund. Oh, Mann, ich werde euch trotzdem fertig machen. Ihr könnt mir überhaupt nichts. Ich werde jetzt zur Polizei gehen. Warte mal, was zur Polizei? Bleib hier, Mann. Oh, Mann, er ist einfach weggelaufen, ganz ehrlich. Na, los, du kriegst ihn. Oh, Mann, Freunde, dann muss ich halt in den Rage-Modus gehen. Na, los. Drei, zwei, eins. Und jetzt mache ich dich sowas von fertig, Freunde. Schaut euch das direkt an. Boom, ey, Leute, im Rage-Modus. Und zack, ey, jetzt, Freunde, wie ihr es schon seht. Du kriegst mich niemals. Oh, ja, Freunde, wie ihr seht, ich kann jetzt alles total gut sehen. Ganz ehrlich, jetzt richtig. Na, los, ich bin ein richtig großer Trasser-Werber. Lass meine Familie in Ruhe. Ham, nam, 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 nam. Jeden Moment habe ich dich. Oh, drei, zwei, eins, jetzt ballziehen. Ham, nam, nam, nam. Jetzt habe ich dich. Oh, nein, ich falle hin. Autsch, ich bin hingefallen. Lass mich. Autsch, ich bin hingefallen. Lass mich entfrieden. Ich werde die Polizei holen und dich all besiegen. Oh, Mann, ganz ehrlich, meine letzte Kugel werde ich für dich verbrauchen. Auf gar keinen Fall, ich werde dich beißen haben. Oh, Freunde, ich habe ihn einfach besiegt. Ich habe ihn einfach fertig gemacht. Oh, nein, Leute, das kann es doch echt nicht sein. Ich habe ihn einfach ins Grab geschickt. Leia, Leia, ich habe ihn besiegt. Oh, Mann, wo sind die Wehrwolf-Babys? Geht es ihnen gut? Oh, Mann, was ist mit dir passiert? Oh, nein. Oh, sie sind die Wehrwolf-Babys. Sie wurden eingesperrt. Warte mal, eingesperrt. Oh, Mann, das kann es doch nicht sein, Evan. Waren etwa die Wolf-Jäger hier? Oh, Mann, hey, Leia, ganz ruhig. Okay, raff dich zusammen. Okay, wir werden das mal hinbekommen, ja? Wir werden das hinbekommen. Nein, sie sind verloren. Nein, los, komm, lass uns die ganze Stelle suchen. Oh, Mann, das kann es doch echt nicht sein. Hey, Weife, wo seid ihr? Oh, ich glaube es nicht, Leia. Sie wurden einfach hier eingesperrt. Für den Schlüssel müsst ihr den Wolfs-Parcours bestehen. Mit freundlichen Grüßen, Werwolf-Jäger. Warte mal, was? Das klingt ja super fies. Und, äh, siehst du das da drüben? Oh, ja, ich sehe es. Meinst du, dass hier vorne ist der Wolfs-Parcours? Oh, Mann, hey, unsere Kinder, wir kommen gleich und holen euch da raus, ja? Oh, Mann, denen geht es da drinnen gar nicht gut. Wir müssen die unbedingt retten, wir beide, Leia. Oh, ja, du hast recht. Und siehst du das? Wie brutal die sind. Das waren doch unsere Kameraden. Oh, ja, stimmt. Guck mal, das waren einfach unsere ganzen Brüder hier. Na gut, Leia, wir sind keine Zeit verlieren. Hey, Babys, wir kommen gleich, ja? Es waren einfach die Babys, die in Leias Bauch drinnen waren, Leute. Da sind einfach die Wölbe drinnen eingesperrt. Na gut, ähm, einen Moment mal. Was ist das denn hier, bitte, Leia? Axi, ich glaube, wir müssen hier vorne hoch. Boah, Leia, das kann echt sein. Na los, lass uns ganz schön hochgehen. Oh, Mann. Wartet mal, Freunde, wo sind wir hier bitte gelandet? Hier ist irgend so ein Buch. Ähm, willkommen zum Wolfs-Parcours. Wir erwarten euch die schwierigsten Level aller Zeiten. Kein anderer Wehrwolf hat jemals diesen Parcours geschafft. Und wenn ihr ihn auch nicht schafft, seht ihr ja, was passieren wird. Mann, ich glaube, die meinen damit, dass wir am Ende dann ins Grab geschickt werden. Sogar mit unseren beiden Wolfs-Babys. Oh, nein, Axi, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Wir müssen direkt weitermachen. Oh, ja, na los, das ist ganz schnell starten. Hey, Freunde, wir müssen ganz schnell anfangen. Na los, na los, na los. Einen Moment mal. Ich glaube, hier vorne geht's los. Na los, kommt schon her, lerne meine Hand. Oh, ja. Sehr gut, let's go, wir müssen es unbedingt schaffen für die Babys. Zack, 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 zack. Oh, ja, wir schaffen es. Oh, warte mal, hier vorne entlang, bumm, 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 ouch. Das war irgendwie so eine unsichtbare Wand, hast du das etwa gesehen? Das mache ich hier in meiner Hand. Oh, und zack, vielen, vielen Dank, Lea. Na los, lass mich schon los, wir müssen es unbedingt schaffen, weiterzugehen. Oh, Mann, Leute, unsere ganzen Wolfs-Babys sind in Gefahr. Lea, das kann es doch echt nicht sein, Mann. Los, 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 los. Ich frage mich echt, welcher büße Mensch. Warte mal, Orti. Warte, Lea, bist du etwa echt runtergefallen? Na los, wir haben nicht viel Zeit. Du musst schon hier hochkommen, na los. Ey, warte mal, wie soll ich denn da hochkommen? Na los, fang mich schon. Ich hab dich leer, oh, Mann, du bist ziemlich schwer. Na gut, warte, ich muss dich kurz hier vorne hintragen und bumm, ey. Na los, Lea, du musst unbedingt weitergehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, ja, ganz genau, Orsi, deren Leben steht auch für spät, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Oh, ja, das müssen wir unbedingt. Jetzt go, Freunde, oh, Mann, das sind aber auch echt fiese Sprünge, ganz ehrlich. Welcher büße Mensch will uns bitte solche schwierigen Blöcke hier zur Aufgabe geben? Ich meine, das ist so fies gemacht, das war ganz ehrlich. Na los, und Lea, nämlich schon. Warte mal, Orsi, hörst du auch diese komische Stimme? Äh, die komische Stimme? Oh, ha, 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 ich bin der böse Mensch, der das machen würde. Ich bin der Boss der Wolfsjäger. Warte mal, was? Und ich habe einen superschweren Pack und irgendwie schafft die ihn. Oh, Mann, Lea, hörst du das? Hey, wo bist du bitte? Wir werden dich besiegen. Zeig dich schon, du böser Mensch. Dich besiegen? Das schafft er so oder so nicht. Ja, fünf Minuten Zeit. Oh, doch, natürlich schaffen wir das. Nur noch fünf Minuten. Na los, Lea, wir müssen uns beeilen. Warte mal, Orsi, hast du das gehört? Er hat unsere Kinder entführt. Na los, spring schon weiter. Oh ja, let's go. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir einmal dort hoch auf die Lianen, Leute. Und zack, natürlich easy peasy. Und jetzt hier rüber und... Na los, und boom, ey, Freunde, hier einmal rüber. Perfekt, wir sind an der zweiten Liane. Jetzt müssen wir einmal dorthin. Oh, perfekt, hier hin. Und von hier aus können wir einfach auf den Pilz gehen. Und hier nach oben. Na los, Lea, war eigentlich schon so schwierig, ist das gar nicht gemacht. Oh, Mann, Lea, das ist doch nicht dein Ernst. Äh, warte mal, siehst du das? Du musst ein paar Lianen runterwerfen. Na gut, ich habe ein paar Lianen. Hier, nimm schon Lea. Probier dich einfach hoch zu angeln. Ich gehe schon mal weiter. Oh, Mann, und boom. Warte mal, Freunde, hier ist, glaube ich, das nächste Level, oder? Oh nein, wie viel ist das denn bitte gemacht? Hörst du diese böse Stimme? Oh, Mann, dieses Level werdet ihr ganz sicher nicht meistern. Warte mal, dieses Level werden wir niemals meistern? Oh, doch, ich werde es schaffen. Hey, sag nur, von wo kommst du überhaupt? Und von wo weißt du überhaupt, dass Lea Zwillinge bekommen hat? Hast du das etwa von dem bösen Doktor erfahren, oder was? Oh, ja, der böse Doktor war mein Bruder. Natürlich hatte mir alles auf sich. Warte mal, das war dein Bruder? Also, also haben ich und Lea etwa deinen Bruder ins Grab geschickt? Deswegen willst du dich an uns rächen, oder was? Hey. Und fertig machen, natürlich wollen wir euch fertig machen. Oh, Mann, das ist so fies von euch. Naja, egal, hey, Lea, dieser böse Mann, wir werden ihn fertig machen, wir beide. Okay, komm schon weiter. Was ist das denn jetzt bitte für ein Level hier? Wow, wie fies ist das bitte? Oh, siehst du das? Das ist ein Smaragd, denn du liebst das Smaragd. Oh, ja, ich liebe Smaragd. Also, ich muss ehrlich sagen, egal wie fies die sind und warum die auch immer unsere Kinder entführt haben, ich finde, das haben die echt mega, mega cool gebaut. Aber, Leute, es gibt keine Zeit für Komplimente, denn wir müssen es unbedingt schaffen, unsere ganzen Kinder abzuretten. Das ist gerade viel, viel wichtiger. Let's go, hier sind ganz, ganz viele Leitersprünge. Aber, Oxy, egal wie gut die diesen Parkour gebaut haben, die sind total böse. Oh, ja, sind die, na los, Lea, wir müssen es unbedingt schaffen, weiterzukommen. Na los, wir müssen unsere Kinder retten. Aber, Oxy, egal wie gut die diesen Parkour gebaut haben, die sind total böse im Herzen. Oh, ja, das sind die auf jeden Fall, denn die haben einfach kleine, neu geborene Babywölfe entführt. Und wer macht, bitte so etwas grausam ist. Na los, wir müssen jetzt einmal hier oben entlang, bam, 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 dann hier rauf, zack, hier rauf, hier rauf. Und wo müssen wir jetzt bitte entlang, Leute? Wir müssen hier hoch, glaube ich, springen. Und zack, hier einmal hoch. Perfekt, Lea, wir müssen hier entlang, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, bist du etwa genau durchs Loch gefallen, oder was? Könnte dir denn so etwas bitte passieren? Und zack, hier einmal direkt hier oben hoch. Na los, Lea, komm schon mit. Boah, Freunde, hier müssen wir einfach einmal entlang balancieren. Let's go, let's go, let's go. Und jetzt müssen wir hier einmal so runter, hier so runter. Und warte mal, hier sind schon wieder irgendwelche Leitersachen, Alter. Was haben die mit ihren Leitern? Die sind so böse, weißt du das? Oh ja, die sind so böse, aber Orsi, du musst auffassen. Oh ja, auf jeden Fall, let's go, Lea, komm schon weiter, komm schon weiter, komm schon weiter. So, boom, 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 boom. Jetzt hier mal nach oben und jetzt können wir einfach hier rauf springen. Okay, Orsi, du springst zuerst. Let's go, let's go, weiter geht es, Lea. Oh Mann, jetzt müssen wir einfach so richtig komische Sprünge machen, weil wir stoßen jetzt dann mit unserem Kopf an die Decke. Eins, zwei, drei und hopp einmal hier entlang und hopp einmal hier entlang. Perfekt, jetzt müssen wir bis nach der Gang finden. Oh Mann, Orsi, das schaffst du ganz sicher, ich glaube an dich. Oh ja, natürlich werde ich das schaffen, denn wenn es um unsere Babys geht, dann lasse ich mir überhaupt nichts einreden. Let's go, Freunde, jetzt einmal hier entlang. Oh Mann, Freunde, es ist so fies, let's go, let's go, let's go. Hier einmal drauf, pass auf, weil hier unter uns ist Lava, da dürfen wir auf gar keinen Fall reinfallen. Der ist so böse, dass er da einfach Lava sogar hingemacht hat. Ich meine, welcher böse Mensch macht da bitte einfach Lava hin, Leute? Das ist ja mega fies. Oh ja, du hast recht, das ist mega fies. Stell dir vor, du fällst da rein. Oh Mann, das würde so doll wehtun, nicht wahr? Na los, Orsi, geh schon weiter. Aber was, aber hörst du ihn schon wieder? Oh Mann, dieser böse Mann redet schon wieder, Leute. Alles klar, hör euch nicht zu. Hey, was willst du bitte von uns hier? Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Was, nur noch zwei Minuten? Wir müssen uns bei einem Layer. Lauf schon, lauf schon, lauf schon. Let's go, Freunde. Hier vorne ist ein kleiner Sprung. Da musst du echt ein bisschen aufpassen. Und dann geht's hier direkt weiter. Oh Gott, ich glaube, wir sind gleich im nächsten Level. Let's go, Leute. Den Sprung hier noch einmal hier vorne. Und boom, wir sind im nächsten Level beim Wolfsparcours. Was müssen wir denn hier jetzt bitte machen? Warte mal, ich glaube, wir müssen da ganz schnell rüberspringen. Oh ja, das glaube ich auch. Na los, Leia. Auf drei, einfach ganz schnell. Eins, zwei, drei. Und zack, ich fange schon an. Let's go, Leia. Diese Teile rutschen nämlich nach einer Zeit runter, Leute. Und deswegen müssen wir uns wirklich extrem schnell beeilen. Sollten wir es nicht schnell genug schaffen, dann fangen wir einfach ins Wasser rein. Und ich glaube, das ist Fake-Wasser, nicht wahr, Leia? Oh ja, ganz genau. Außerdem ertragen wir Wölfe kein Wasser. Na los, beeilen Sie. Und da hast du auch recht. Let's go, let's go, let's go. Und, Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin fast einfach runtergerutscht. Das Ganze liegt daran, weil wenn man einfach zu lange draufstehen bleibt, dann rutschen diese Blätter einfach runter. Das ist so fies gemacht. Let's go, Freunde. Hier noch einmal ein Land. Oh, Leute, du schaffst, du schaffst, du schaffst, du schaffst. Ich habe es hier im Moment geschafft. Eins, zwei, drei. Boom, 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 boom. Und zack. Oh, 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 oh. Freunde, es war so knapp gerade. Let's go, ich habe es geschafft. Eins, zwei, drei. Und, Leute, der finale Sprung. Let's go, ich bin drüben. Jetzt bist du drin, Leia. Komm schon rüber, schnell. Ich war es. Oh, nein, Roxy, ich habe so Angst. Aber na gut, und dann los. Du kriegst das hin. Let's go. Oh, 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 man, Freunde. Ihr seht ihr, wie fies das einfach gemacht ist. Jedes Mal, wenn Leia da runtergeht, gehen diese Blöcke einfach runter. Also diese Blätter dort. Ich muss mich so beheilen. Los, Leia, du kriegst das schon sehr gut hin. Let's go. Oh, siehst du das, Roxy? Ich habe es einfach fast geschafft. Oh, ja, ich sehe es. Oh, man, Freunde, schaut mal, wie cool das einfach aussieht. Let's go. Wir müssen unbedingt schaffen. Es ist für die Ehre unserer Kinder. Let's go. Eins, zwei, drei. Oh, ja. Komm schon mit und boom. Warte mal, Leia. Wir sind im nächsten Level. Das ist einfach ein Ender-Level. Oh, ja, du hast recht. Aber warte mal, siehst du das? Das ist ein Amethyst. Das sieht so cool aus. Oh, ja, es sieht echt cool aus. Aber für Staunen ist gerade echt gar keine Zeit, denn unsere Kinder wurden entführt, falls du das noch nicht vergessen hast. Oh, ja, warte mal. Ich helfe die wieder hoch. Na los. Und? Na los, Leia. Helf mich schon hoch. Und zack. Sehr gut. Okay, werfen wir auf den nächsten Block. Perfekt. Weiter geht's, Freunde. Wir werden das auf jeden Fall alles hinbekommen. Oh, ich sehe, der nächste Sprung wird ja richtig schwierig. Oh, ja. Das sieht echt so aus. Na gut. Und boom. Na los, Leia. Jetzt müssen wir noch einmal dort vorne drauf. Boom. Und hier hin. Let's go, Leia. Komm schon. Gleich haben wir es geschafft. Das Ender-Level war ja mega schwierig. Und boom. Und boom. Warte mal, Leia. Was ist das denn jetzt bitte für ein Level? Ist das etwa ein... Das ist irgendwie so ein Wall-Regen-Bogen-Level. Na los. Wir müssen es ganz schnell schaffen, Leia. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch 30 Sekunden. Ja, nur noch 30 Sekunden. Das Ende-Innen-Niemals schaffen. Selbstverständlich schaffen wir es. Und boom. Let's go, Leia. Wir sind hier im nächsten Level. Äh, warte mal. Wie fies ist das bitte? Das ist einfach so ein Labyrinth hier, Leia. Wir müssen es ganz schnell durchwaschen. Na los. Oh, man. Wie fies ist das bitte gemacht? Na los. Warte, ich hier entlang. Bam, 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 bam. Ich hab den Weg. Ich hab den Weg. Ich hab den Weg. Warte, warte, warte. In die eine Richtung, in die eine Richtung, in die eine Richtung. Oh, man. Wie fies habt ihr das bitte gemacht? Warte, 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 warte. Vielleicht hier vorne entlang, Leia. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. Oh, man. Oh, sie ist doch verleert, oder nicht? Hier entlang. Oh, man. Hier ist einfach alles grün. Aber ich kenne mich in der Farbe grün am besten aus. Das weißt du doch. Ich jetzt wieder eine Sackgasse. Hier sieht alles gleich aus. Wo bist du bitte hier entlang? Oh, yeah. Ah, da bist du her. Warte mal. Ich hab ne Idee. Komm mit. Na los, Leia. Weiter geht's. Und warte mal. Jetzt siehst du das? Hier lang, hier lang, hier lang. Wir haben es, glaube ich, hinbekommen. Schau mal. Warte mal. Das sieht mir aus wie eine riesige Kampfarena. Glückwunsch, Schlüssel. Let's go, Freunde. Wir haben den Schlüssel bekommen. Warte mal, Orsi. Das ist kein Schlüssel. Du hast recht, Leia. Das ist nur ein weiteres Buch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Anti-Werwolf-Parcours bestanden. Seite 2. Aber das war noch nicht alles. Seite 3. Ihr seid in unsere Falle getreten. Wir vertrauen niemals den Werwölfen. Leia, ich glaube, jeden Moment werden wir angegriffen. Oh nein, Orsi, na los. Du musst dich verwandeln. Oh ja, das müssen wir schnell, Freunde. Alle noch mal liken und abonnieren. 1, 2, 3. Liken, abonnieren, Glocke aktieren. Und boom, ey, let's go. Wir sind direkt Werwölfe. Na gut, wo sind bitte die Bösewichte, die uns besiegen wollen? Warte mal. Ich bin der Bösewicht. Warte mal. Hat sie sich gerade einfach da durchgebaut? Einen Moment mal. Du mickriger Typ hier bist der Bösewicht. Was willst du denn bitte von uns? Mit uns was? Nein, nein, nein. Ich bin der Bösewicht. Komm her, ganz ehrlich. Ich werde dich aufessen, Mann. Komm her, Mann. Ganz ehrlich, Leute. Ich habe noch meine Waffe dabei. Nimm das, Junge, Junge. Ich mache dich fertig. Boom, ey, ganz ehrlich. Komm her, ganz ehrlich. Es reicht mir, ganz ehrlich. Es reicht mir sowas von, Junge. Ich mache dich fertig, ganz ehrlich. Das, was du mit meinen Kindern gemacht hast, lasse ich nicht zu. Boom, boom, boom. Zack, zack, zack. Ich bin halt ein Werwolf. Der allerstärkste. Freunde, ich habe noch eine Waffe dabei. Jetzt kriegst du einen auf den Deckel, Junge. Boom. Boom. Wow, Freunde. Dem haben wir es wirklich gezeigt. Oder nicht? Na gut, Leia. Ähm, einen Moment, Mann. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel, um unsere Kinder zu retten. Warte mal, Orxy. Dieser Typ hat doch irgendwas hier gedroppt. Warte mal, hat dir irgendwas gegeben am Ende, als ich ihn besiegt habe? Zeig schon her. Was ist das denn bitte, Leute? Ich glaube, das ist der Schlüssel. Let's go. Damit können wir unsere Kinder retten. Ja, sehr gut. Ein, zwei, drei. Let's go. Wir haben unsere Kinder gereitet. Oh, ja. Und wir haben Leias Kinder auch bekommen. Damit würde ich sagen, Freunde, falls dir das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Hier rechts unten findet ihr noch weitere extrem coole Minecraft-Videos. Und wir müssen einfach Werwolf-Zwillinge bekommen. Let's go. Tschüss, Freunde. Und falls ihr bis ganz zum Ende geblieben seid, dann schreibt gerne Hashtag Wolfsfamilie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.